ich würde sagen ich muss dahin wir sind auch nur für den markt ja auch super ja ganz toll von hinten kommt einer ich habe es gesehen ich würde den gegner hat ihren fokusen damit ich mein gott schmeiß das doch mal die kante nee nee das ist nicht und von oben badert auch nur einer ok das dauern hör auf auf mich zu schießen was ist denn das was den Arsch ähm klettern bitte fest bitte ich noch halte ich noch fest halte ich noch fest bitte bitte nee 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 komm nee nee warum nee mal halte ich noch fest scheiße ok ja wie wie bin ich da durch ja ich bin da hingekommen wo ich ihn wollte das war alles geplant ähm äh absoluten skill ähm dürfte die heilbälle ein bisschen ähm das sieht frisch aus wie noch mal die ball ok ok so hier kann ich jetzt erstmal in höhe gewinnen abspringen abspringen oh äh interesting nein das ist genau das perfekt ok ich habe nämlich einen der schalter gefunden by the world und zwei jahre wenn du so schlau bist dann machst du selber knuckles was hältst du davon ok ja 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 Da ist ein goldener Schlüssel mit einem Herz drauf Ich nehme ja mal stark an dass ich den haben muss Aber wie komme ich da hin? Aha, warte mal Äh Naja Nee Ich hätte es oft gewettet, dass ich dadurch reinkomme Allein das hier Sehr faules Design ist Oh nein, 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 fliegen, 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 fliegen Und da, da, das sieht gut aus Nee, doch nicht Fuck Hä, wo ist denn hier irgendwas? Irgendwo eine Lücke oder so? Nee Hä? Ja War da oben gerade was? Oh boy Warte, hier sind wir doch mit Silber gewesen Ah Gott! Hi Hier sind die Pissköpfe Hallo? Ja Ganz oben Der, nein Okay Ja, guck mal hier sind die Dinger nämlich ja die verschwinden sie sind ja noch mehr na okay das habe ich nicht gesehen man aber ist tot der schreibt oh wait sonic hat vorhin die dinger kaputt gemacht kamala nein es ist da rein danke oh mein gott so ein schlüssel haben war kann jetzt damit auch hier aufmachen nein spiel ich erst im status chef haben sie gerade geschafft das spiel durch durchspielbar zu machen okay dann raus damit ein bisschen ich muss jetzt da wieder im endeffekt laufe ich die level wegwärts ab kann das sein er ist mein ausgangsschütter dann der wollen wir von mir bin der da ihr seht mich gar nicht dass man nicht nach oben gucken kann das ist halt absolut pain das war noch nicht von der wand richtig abspringen kann das übrigens richtig richtig geil ja ja mich also meine coins ich sehe nix ach fuck off wo sind meine wenige nein ich will nicht wollen jetzt sein wenn jetzt irgendeine scheiße passiert nie oh gott mann wo hat es denn meine wenige jetzt hingehauen das ist halt jetzt so ein müll wieder dass ich jetzt keine wenige ab ist das kacke weil es die irgendwo hingeheatet hat bei dem zeichen erboden musste die ocarina spielen hat den gag habe ich mir vorhin schon mal gedacht aber dann nicht gebracht weil das wiegen lieben hätte man das spiel müssen da hinten bei den gegnern sind bestimmt welche man das ja wirklich nichts ist kann man nicht mal nach oben gucken durch den hinteren geguckt da oben drauf maybe nee nee geh weg geh weg ja lass das nur einen ring also nur einen ring damit ich einen treffer überlebt wird irgendeine scheiße passiert fuck off und pack da hinten den ring hin please einen scheiße ach bitte ach da ach warte ey ich muss nur den da töten ne mein gott mein gott nein der explodiert weg der explodiert doch explodiert bei hit gut 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 ich mache den scheiß nie noch mal was sind den gegetet ich finde es gut dass die solche detail gerade im spiel einfließen haben lassen dass es sich echt auf das wichtigste konzentrieren wer schießt wird gechießt als halt einfach die ganze zeit kein kein ring mehr ist es ist einfach nur eine frechheit da in der luft hängen irgendwelche super bis dann bin ich ins wasser gestürzt und tot ja ein bisschen angst dass er mich irgendwann sieht und einfach ein laser hinhaut und ich einfach tot bin straight oh noch ein hit gott ich habe alle Please end Okay, okay Achso, ach nein Das ist kein Gegner gewesen Was? Was ist das? Bitte, ich kriege ja keine Steuerungserklärung So, wir fahren das erste Mal nach oben Gucken wir uns an, wie man das Ding fährt Also so anscheinend nicht Was ist? Gar nicht mehr, ich will nicht mehr Das ist alles scheiße Wer fasst den Führerschein? Ja Ich habe Führerschein, seitdem ich 17 bin Ich bin auch unfallfrei, seitdem Wie kann ein schwebendes Gefährt absaufen? Die Frage lädt sich das wieder auf Nein, nochmal kurz einparken Alles gut Also hier fährst du Hallo Wie komme ich da jetzt? Das Ding kommt ja wieder Aber, aber Warum? Warum? Warum bin ich jetzt abgesoffen? Hä? Hä? Jetzt ernsthaft? What? Nein Hör auf Oh mein Gott Bist du dumm Lass den Scheiß Oh mein Gott Oh Okay Ja, hier muss ich warnen, wenn du an der Stelle gehst, lache ich mich ernsthaft tot. Ne, lache ich mal nicht tot. So. Ich waffe nicht, dass das Spiel von mir möchte. I'm so sorry. What? Ich waffe wirklich null. Mit Anlauf. Mit Anlauf. Aber. Ich komme da noch nicht tot. Hä? Warum jetzt? Ich brauche mehr. Nein. Oh Gott. Ich bin untergefallen. Äh. Das war wirklich die Schieflage. Das ist ein Drecksgame. Radikal. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Ich bin untergefallen. Oh nein, nicht der Vogel schon wieder. Nee, nee, geh weg. Lass mich noch in Frieden. Bitte. Ich kann nie mehr. Nein, nicht der Vogel. flachen. Nicht der Bub. Nicht der Vogel. Das ist ein Drecksgeist. Ein Drecksgeist. Okay, es ist wirklich der Vogel. weil das kacken Brot abgesoffen ist. Wie cool er diesen Adler fliegt. Ich hab gerade aus Versehen auf Werbung geklickt, statt auf Rage Stopp. I'm sorry. Ich schlappe mal kurz in den Chat. Scheiße. Oh, oh, oh Gott. Oh Gott. Klicken. Ah. 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 Oh nein. Nein. Nee. Es ist so. Oh Gott. Das ist wieder der Scheiß, wenn das Spiel denkt... Oh. Lollolloll. Du hast nicht gedrückt. Ich hab zweimal x gedrückt. Dass wir jetzt die Leben dafür weggenommen werden. Einfach. Doch, ist das so dumm. Oh mein Gott. Ich drücke X. Es passiert nichts. Drückst du X, passiert nichts. Super. Geiles Game, ey. Bitte, ich möchte einfach nur ins Ziel. Ich habe die Schnauze vor, ich kann nicht mehr. Und da haben wir übrigens die Sache mit den fehlenden Frames. Mehr? Okay. Ich habe die meisten Leben gegen eine der Starthilfe des Boots verloren. Ja. Das meine ich ja, dass ich da zwei Leben dumm verballert habe. Ja, ja, Speicherpunkt. Gott sei Dank. Ich sehe nichts. Was noch mal? Wenn der Verfolgungsangiftung trifft. Ja, ich mache halt immer drei Minuten Werbung, weil wenn ich weg bin, ist danach eine Stunde keine Werbung. Weil ich bin sowieso immer fünf Minuten oder länger weg in der Pause. Fuck you! Letztes Leben. Nein, bitte. Bitte. Warum? Ach, bitte. Oh, fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Bitte. Lass es doch endlich vorbei sein. Was passiert hier? Oh Gott. Lass es einfach nur vorbei sein. Ich drücke halt gar nichts. Habe ich Angst, ob das dumme Dinge passieren. Na, 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 na. Halt auf. Oh mein Gott, wenn der jetzt runtergefallen wäre, für so wenig sind das scheiße, ey. Nein, wir sind noch nicht durch. Nein, wir sind noch nicht durch. Das ist noch mal ein Safe-Punkt erst. Nein, 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 bitte. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, bitte. Lass es doch einfach vorbei sein. Nein. Der hat extra Leben verstärkt. Jetzt will ich rein. Ach komm. und der ringe Dave. So, so, so. Psel Prison Jury daw spür ein원ob keep dich so viel entspannter wenn du weißt dass du nicht mit dem nächsten kacken ist der passiert game over bist. ne moment. hallo ah dinge egal bitte 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 lasst das ziel darin sein keine ahnung was ihr seid nein hä warum frames hat das gar kein gegner wo gegner hier lebt noch oh gott die frames da geht es weiter nimm doch den scheiß ring mit oh nein ich muss jetzt nicht die scheiße mit dir auch noch mal ich habe das nicht gesehen oh gott habe ich mich erschrocken ich habe einen puls von 500 ich kann nicht mehr hier nee hey ja nein 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 stopp stopp warum nimmst du das in den autofokus oh mein gott ich wollte nur noch vorne dashen um zum ziel zu kommen oh mein gott wie geht es gar nicht mehr oh autobiogra feud aber Ohhhh Ich kann ich ja nicht mehr Teelein, super, ganz toll Speichern, bitte Oh Gott Hm 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 Verdammt! Oh boy, ich werde so seltsam, wenn das Projekt durch ist. Ich lieg vorher im Krankenhaus, ey. Du brauchst doch ein Pulsmesser, die Dinge sind scheiße teuer. Ich hatte mir schon mal überlegt. Ich hörte, dass ein Prototyp-Energie-Engine falsch war, das den Erkrank hat. Ich denke, der Name des Planes war... Das Solaris-Projekt. Hallo, Eck, ne? Das war ein ambitioes Projekt, Named after their eternal Sun-God. Doktor? It's been a while, my dear Rouge. And of course, Shadow. Now, if you'd be so kind, as to hand back the Scepter of Darkness... Ah... Den wollen wir nicht ausmachen. Ähm... Und natürlich ist es das Scepter der Dunkelheit. Es ist, ähm... Was stand... Oder Stand der Dunkelheit, Finsternes? Ich hab mich auch gewusst. Okay, das Spiel hat mein Interesse. Wirklich? Nein! Du bist so edgy... Das Scepter of Darkness... Dass du dann Bock drauf hast. Oh. Das ist einfach eine EMP gewesen, das Ding. Ist es kaputt? Oh! Ähm... It's no use! It's no use! It's no use! Tja... Shen Longs... Böser Bruder erscheint. Ich liebe alles daran. Warum? Es ist... In Shadows Shadow. Nein. Huh? Oh, wait! It's Shadows Shadow! Was? Er hat aber immer noch einen Schatten. Aber der Shadow hat auch einen Shadow. Also der Shadow von Shadow hat einen Shadow. Ich bin Mephiles. Mephiles the Dark. Gibt es auch Mephiles the Bright? Just... Just asking. Was ist so laufen wie ein Zombie? What? Did you forget me? Was ist das? Also ich kann das nicht mehr. Ich bin noch 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 nicht mehr. Oh, ja. Oh nein. Da kann der Genki-Dama. Das ist... Und die sind halt einfach weg! Oh mein Gott. Mephiles das ist ein wichtiger Kick dem Hearts Bullshit. Ich weiß nicht was das ist. So sind die in diese Kackstadt gekommen. Oh nein. Nein. Nicht die Future City. Nee, dass wir nicht rausfinden. Wer ist er? Wie geil. Das wird einfach so halb schwarz weiß. Wenn er den inneren Gedanken hat, den er mal nicht ausspricht. Mein Gott, das spielt ja gar nicht mehr auf. Ich bin in. Ich habe unsere Location festgestellt. Ich kann nicht mehr. Nein, das ist nicht möglich. Es ist möglich. Wir sind noch in der Basis der Doktor. Aber wie kann das sein? Warte. Es gibt keine Frage. Also, es ist nicht woher wir sind. Es ist nicht woher. Es gibt nicht mehr. Und vielleicht mehr, aufgrund von wann dieses Databäß wurde letztendlich gegründet. Na gut, zumindest wissen wir, dass wir in der Zukunft gekommen sind. Das bedeutet, dass dieser Mephilus-Karaktor die Macht zu kontrollieren. Sein Macht fühlt sich sehr ähnlich an meine eigenen Kontrolle Chaos. Aber... Es ist jetzt bitte vorbei. Der Fremde hat sich vorgestellt und jetzt seid ihr quasi verwandt. Man muss den Knuckles eigentlich auf dem Gesicht landen. Sonic macht eine coole 3-Punkt-Landung und Tails fällt auf den Arsch. Ich will doch gar nicht mehr. So verbinden sich die Stories jetzt. Kai ist bitte Ende. Irgendwas. Tschüss. Eine richtig gute, krasse Story. Merkt er selber, ne? Das ist der distant Zukunft, weit entfernt von unserer eigenen Zeitlinie. Der Zukunft? Es ist all konft. Es ist all konft. Eggman's got some nerf dropping us here. Jetzt... Wie können wir zurückkommen zu unserer eigenen Zeitlinie? Du brauchst eine Zeitlinie, aber das braucht viel Energie. Ich verstehe. Du meinst, dass du deine Chaos-Kontrolle benutzt... Ja, aber das alleine ist nicht genug. Okay, Shadow. Es sieht aus, dass wir zusammenarbeiten müssen. Chaos-Kontrolle... Mein Gott! Crisis City. Finde den Chaos-Emerald. Äh... Warte, was? Springen? Viereck? Oh Gott! Das war also nochmal eine richtige Geschichtsstunde gerade. Die Frage ist aber... Wollen wir... Natürlich startet er in seiner... In seiner Missile-Karte. Ich... Ich kann nicht mehr. So... Dass wer jetzt aufhört, ist klar. Aber wollen wir beim nächsten Mal... Die Story-Stunde nochmal angucken? Oder straight mit dem Level starten? Entsprechend... Muss ich jetzt noch speichern oder nicht? Dave, du hast mich offiziell zerstört. Shadows, Shadow hat ein Shadow. War zu viel für mein Gemüt. Was? I'm sorry. Äh... 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 Ja! Story ist immer wichtig! Okay... Dann gehe ich jetzt auf Abbrechen... Ich will das Spiel vorlassen zu dem Titel... Blitzwirkspick... Äh... Ja! Ja! ...